Hallo Leute, hier ist wieder euer Mario Kirby und willkommen zurück zu einem neuen Part, Kaiser Mario Galaxy 2. Es geht weiter in Welt 4 mit der Klappstadt-Galaxie. Schon mal eine Vormerkung zur Klappstadt-Galaxie. Im Normalspiel ist es meine Hass-Galaxie. Ich mag die überhaupt nicht. Zwischen Klippstadt und Klappstadt. What the fuck? Nein! Hallo! Nein! Nein! Ich habe mich schon gefragt, warum tickt es hier auf einmal so? Habe ich vergessen, irgendwie Uhr auszumachen? Backofen oder was? Nein! Das ist eine Galaxie. Was? Das ist halt saukreativ, ja, aber... Ach, du heilige Scheiße! Das ist eine Galaxie. Das ist sehr schwer. Was ist das für ein Geldraum? Den habe ich noch nie gesehen. Als ich gerade eben in die Galaxie gegangen bin, habe ich nicht sowas erwartet. Ich habe gedacht, das ist wieder irgendein Spiel. Ja, hier, versuch mal hier mit England mit einem schweren Triple Jump hochzukommen. Nee, es ist einfach hier... Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Tiki-Taka-Clip-Stadt. What the fuck? Was für... Was für Tiki-Taka-Clip-Stadt, Alter. Neuro-Gisman, yay. Wait a second, ich muss da irgendwas aktivieren. Perhaps diesen Schalter. Weil ich konnte den Launcher noch nicht benutzen. Also ich hoffe halt wirklich, dass er von... Von... Ich hoffe halt... Das ist einfach mal diese Musik zu langweilig. Ich würde wirklich lieber einfach die ganz normale Club-Stadt-Galaxie-Musik. Ich finde das irgendwie einfach, hier mitzumachen. Außer... Außer Mario hat keinen Bock, Stab-Fatacke zu machen. Das Ding hat sich sogar gedreht. Ich war schon auf der anderen Seite und schon mal zurückgefickt. Ich nehme seit zwölf Minuten auf und habe noch nicht einmal den ersten Planeten verlassen. Du... Sohn! Wer macht keine Stampf-Attacke? Ich hätte es sonst geschafft und wäre endlich mal was von diesem scheiß Planeten runter. So, ich habe den Checkpoint endlich, Alter. Gut, dass ich den Checkpoint schon habe, Alter. Was ist das? Ich... 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 Ich konnte... Ja. Genau. Ja, wunderschön. Da kommt noch die Katze. Da... Digga, das ist der zweite Planet! Oh! Es gibt Infinite One-Ups. Ist der Boss auch so? Digga, was war das? Ich bin an der unsichtbaren Wand hängen geblieben. Ich weiß gar nicht, was bei dem einen Ding passiert war. Wir haben ja mal zwei jetzt gleichzeitig bekommen. Ja, ich... Ich hätte kein Beispiel machen sollen. Aber er hat sich im Feld gehalten! Oh, blöde! Ich fäll... Es ist losgefahren. Und deswegen... Ich... Ich... Ich finde... Klappstadt-Galaxie ist halt so eine Galaxie, die wir einfach erfunden haben. So... Ja, äh... Es fehlt noch eine Galaxie. Der ein Well. Was macht man denn da hin? Ach, hier. Unser Azubi, der hier gerade... Das erste Mal hier... Hier weiß was programmiert hat. Hat noch eine... Ach, okay. Ja, dann nehme die noch mit rein. Sieben, zwei Spiele und bin noch mit einem dritten Planeten. Ich bin los. Ich muss ja gar nicht auf der Blattung landen. Hier oben ist ja auch noch eine. Ich mache mir das alles schwerer als es ist. Äh, was? Was ist da passiert? So, hier gibt es keine Infinite Run-Ups mehr. Das ist halt die Frage hier... Warte, ich kann jetzt einfach nicht runterlaufen. Ich kann nicht einfach runterlaufen. Oh, Gott im Himmel... Oh, Gott im Himmel... Hat super funktioniert. Und? Der Boss hat nicht mehr begonnen. Ich habe schon ein Leben verloren. Digga. Was ist das? Wie soll das wirklich sein? Als ob halt hier diese... Äh... Elektro-Dinger nicht schon genug wären. Nein. Natürlich noch Shadow Marius dazu. Ja, du kannst mich auch mal am Arsch decken. Haben dich... Die... Die... Die Elektro-Dinger... Bewegen sich viel zu schnell. Oh, oh, oh. Du willst mich verarschen. Du willst mich verarschen, ne? Mann. Endlich ich... Mann. Ey, ich habe sie mal einmal getroffen. Cool. Warum bleibt er stehen? Warum bleibt er stehen? Was? Genau in diese Scheiße. Elektro-Ding rein. Ach, der Boss ist so spaßig. Warum macht der Boss so viel spaß? Fuck you. Was ist's? Was ist das... Was ist der Boss? Was ist der Boss? Was ist der Boss? Was ist der Boss? Okay. Fog. Bitte, hau Shadow Marius ab und die scheiß Elektro-Dinger aus. Bitte. Ich will nicht sterben. Ah, sie sind noch da. Es war alles noch da. Und ich hab's trotzdem geschafft. Alter, das war bis jetzt der anstrengendste und schwerste Stern, den ich hier gemacht habe. Oh, in Tick-Tack ist ein Komet aufgetaucht. Wir gehen nochmal in die Höllen-Galaxie rein und machen den zweiten Stern. Der ist ein Bohrer. Geisterbohrungen in Klappstand. Geisterbohrungen? Geisterbohrungen? Das hieß niemals so. Never hieß das so. Im Original. Bitte nicht nochmal wechseln hier. Okay, danke. Ey, es ist mal wieder normal. Ich darf mal wieder spielen. Yay, ich darf Spaß haben. Wieso haben wir jetzt klar, dass da ein Ding drin ist? Oder heißt es Geister, weil hier, ähm, das verlassen ist? Da, 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 da. Toll. Da drin war einfach ein Teil. Ein Teil, genau. Da, 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 da. Yay. Fuck. Fuck, 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 fuck. Oder doch. Ich, 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 ich hab gedacht, ich hab grad die Commitments in der ersten Mission nicht geholt. Aber da fällt mir doch ein, dass ich doch geholt hab. Wie soll das möglich sein? What the fuck? Das ist saukreativ. Und ja, deswegen heißt es auch wahrscheinlich noch Geisterbohrung. Geh hoch jetzt. Okay. Ich bin in einem Raum gewesen, wo ich getroffen werden darf. Yay. Es darf bloß nicht mehr getroffen werden, dann hab ich's. Ja, nice. Also der Stern war halt wieder sau easy und ging ganz schnell. So. Machen wir nochmal zwei Kometen. Das war der eine in Bowsers Lava-Imperium. Beeilung, der vergessene Lava-Stern. Ein Speedrun. Hallo Kai, all, allo, allo, genau, allo. Allo, 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 allo. Alle Kaiser-Tricks. In 1,35. Ich glaub, er hat gelitten. Na, gelitten haben eher die Spieler, die sich das antun. Weil. Wenn sich das halt antut. So. Ah, fuck. Ah, fuck. Ich bin lost. Nein. Es hat mich nicht angesaugt. Es hat mich nicht angesaugt. Pfff. Mario! Man kann hier schon mit 40 Sekunden sein. Wenn Mario erstens nicht dumm wär. So knapp, Alter. Fünf Sekunden mehr und Scherz geschafft. Hätte Mario da auf diesem Scheiß-Fragezeichen-Block nicht als Rückwärts-Saltos gemacht, dann hätt's so easy geschafft, ne? Aber nein, Mario hat ja ADHS und muss da immer schön glückwärts-Saltos machen. Ja, und wenn, wenn du da halt nen fucking Sprungverlack gemacht und keinen Weitsprung, dann schaffst du's halt nicht. Was für oh yeah, du musst nicht immer da fucking oh je machen, du musst kein oh je machen. Oh yeah ist es ja nicht. Das hier ist eher alles oh no, aber okay. Mach du mit deinen oh yeah, ist mir egal. Nein! Nein! Mach ich wohl's nicht auf die Mauer und deswegen bin ich verkrankt. Du willst mich verarschen, ne? Du willst mich verarschen, Mario, ne? Also schlechter geht's nicht! What the fuck? Fuck you. Also es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein! Ja, hätt ich noch ein Leben mehr, hätt ich's vielleicht geschafft! Ich bin schon wieder seit dreieinhalb Stunden am Aufnehmen. Ja, Flip's Will 1 hat mich nur zweieinhalb Stunden gebraucht. Ja, und ich hab erst zwei Sterne. Ja, und ich hab erst zwei Sterne. Ja, ich hab erst zwei Sterne. Ja, ich hab erst zwei Töne. Ja, ich hab erst eine Fczynau. Ja, ich hab noch nie. Ja, ich hab noch nie. Ja, ich hab vielleicht noch nie. Ja, ja, ja. Yes! Endlich! Flammenwander, die Aparis eh schon 10 Jahre lang wahrscheinlich. Also können wir noch einen Kometen dranhängen, der nochmal 10 Jahre braucht. Düster Schatten der Schwebegärten. Yay. Das hört sich doch schon mal super toll an. Es ist einfach das ganz normale Level mit Cosmic Marios hinter einem her. Geil. Ich glaube, das Schwierigste damals war halt wirklich einfach Duster. Ja, wow. Wie viele sind da hinter mir her, bitte? Das sind ja 5 Millionen. Aha. Ähm, ja gut. Ich bin noch nicht tot. Jetzt bin ich aber tot, weil das scheiße ist. So, weg da jetzt. Mario, Mario. Mario. Ja, gut. Ich kann es schon nicht mehr schaffen. Wie viel gut fehlen kann ich. Ja. Ja, Mario. Warum machst du... Oh, yeah. Digga, hör auf damit. Lande normal und nicht so... Oh, yeah. Macht das Spaß, wenn du so hart landest oder was. Hä, hä, hä. Ja, Fie. Ja. Mario hat mal wieder keinen Bock gehabt zu fucking Wandspringen. Ich weiß nicht, was ich gerade tue, aber ja. Okay, ich... Ich falle in den Abgrund. Genau. Ach, du heilige Kacke. Fuck you. Was war das? Digga, denkst du, ich weiß, wo die fucking Dinger spawnen? Du weißt, soll ich wissen, dass da unten auch eins ist? Ähm, das war das Most Scaffed Hochkommen dieser ganzen Welt. Ja. Macht Spaß. Was muss ich da tun? Ja, genau so geht's. Genau so, nicht anders. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017